Hallo! Allergien sind nichts anderes als der missglückte Versuch unseres Körpers, Würmer abzuwehren, die in uns als Parasiten leben wollen. Ist das wahr oder falsch? In diesem Video geht es um Allergien. Du wirst die wichtigsten Begriffe, den Ablauf, Beispiele und Therapiemöglichkeiten kennenlernen. Eine Allergie ist eine überempfindliche Reaktion unseres Körpers auf Allergene. Allergene sind Antigene aus unserer Umwelt, z.B. auf der Oberfläche von Pollen, Metallen oder Tierhahnen. Diese können entweder durch Berührung unsere Haut reizen, sogenannte Kontaktallergene, oder über das Verdauungssystem und die Atemwege aufgenommen werden. Die Antikörper der Klasse IgE Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com Die Zensuren ohne転 Viele Untertitelung des ZDF, 2020